da darf ich jetzt mal meine sachen ja spawn ohne angefallen werfen weil wir sind schon wieder genau so viele bäume und so ich glaube schon gehört hat mich noch nicht gesehen aber es ist ja bei mir ist direkt eins neben gewesen hat mich noch nicht gesehen gehabt ich muss erst mal auch so früher auch so so weiteres gebiet in so einem wald komme ich gar nicht klar mein gott hat mich stört die felsen und so bei den insekten ich hab dann so ein offenes gebiet irgendwie irgendwie ist ja nichts ich höre ganzer kampfmusik zu schießen das ding ist ein stürmer da ist ein stürmer erst mal ja wir machen wir gegen den da kommt 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 bleibt stehen bleibt stehen naja ich habe den stürmer erledigt glaube ich das noch mit meinem schock gewährt ja keine ahnung der stürmer der hat die ganze zeit irgendwie von mir weggekommen hat mir jetzt den hintern präsentiert habe ich die ganze zeit aufgeschossen ja die chance muss ich doch ergreifen und sind da hinten atomare explosion wenn man irgendwann abgelenkt die schießen gar nicht auf uns da habe ich ja durch machen kletterte ich den das gebüsch dauer aber na mein gott es geht schon wieder los nach voll einfach nicht vollständig jetzt hat hier was soll man jetzt aktiviert gerade ssd ich weiß nicht mal hinwerfen muss na terminal wirst du ich mache unser missions hier gerade na mein gott hat ein paket habe ich aber wir müssen ja zum ich weiß nicht ob ich am terminal machen muss aber nur drei von fünf oder so stand da wo ist es die anfang und in die look stecken ich will auch genau bei dir sogar dreht nie mehr ich habe gerade diesen mengen hinter mir der eine ist ein spucker und ich habe noch nicht schön groß von der demokratie wird also ja ich habe 33 jetzt was zum 34 ist ein stürmer war ich habe genug stress aber ich schlafe sowieso ja also aber du hast auch eins geworfen ich bin genau da gewesen so großartig hier ich nehme an wir müssen zu den anderen dingen hinliefern dann ja keine ahnung da stand noch drei von fünf deswegen so hier sind deine sachen übrigens da hinten müssen wir die bürger evakuieren also wir müssen wir hier noch machen hier rein ich wollte schon sagen mein terminal war noch nicht fällig ja ich habe keine spritzen mehr blöde ja ich habe da eingepackt jetzt müssen wir jetzt müssen wir weg ich habe gesagt nach land andere richtung das wäre ein großes ding auf der karte hat kann man auf einen rückweg machen laufen rückweg von evakuierung dingen das schubbler so war schon wieder neue war richtig schief gefälligst nicht mich selber ab davon habe ich schon geschützt übernimmt schon diesen auftrag haben sind ja schon tote gegner da war das ja weil es hier granaten sind hier gott ausgezeichnet war dann kann ich endlich mal was holen ja ich kann wieder was ausgeben heute da machen wir nachdem wir vorschein erleichter das große ding mal 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 aber gemacht ich gehe zu den forschern dort ja leute da muss ja dann beben b2b2b2b2b2b2b2b2b2 nicht das terminal nein hat den gab es abläuft er sind einfach rein gerannt da geht auf die forscher los glaube ich noch besser als ich ich bekomme kein irgendwie so gepanzert irgendwie meldung wenn ich damit drauf schieße ich kriege nur sehr wenig wir schon am rumpeln also ich kriege dann auch wieder also das genug schaden macht ja schon am rumpeln und so kollege kannst du mal ich glaube erst tot der stürmer ja was nicht macht den getötet hat aber der ist tot wenn man eine unserer rovers oder so wir müssen mal so ein paar türen öffnen die blöden lampen kaputt machen ziemlich farben blenden ich wollte darüber springen ok musste darauf gelassen ich meine käfer nein anforderungen scheine ich habe ein geschützt bürger so immer weiter gehen leute wo müssen den hinder links ja wir hatten nicht überlebt ist ja nur die eine ok so aufgemacht da war mein geschützt ist auch wenn man da hinten war mein geschützt bei brauche ich meine das sind keine gegner aber dahin kommen welche aus first person sieht das krass aus der visier blockiert irgendwie den den halben bildschirm irgendwie dann sehe ich gar nichts mehr ganz ruhig ganz ruhig große nester versuchen auf dem weg wir werden kläglich scheitern irgendwie sagt jetzt kleiner nein aber dann macht mich gleich so was von fällig power service timing der wir das das die 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 nein keine keine mutter gepanzert wo ist das ding damit schon gepanzert ich erschieße einen von diesem mal da kommt direkt im blüste da sind die blöden nester ja da irgendwie wer hätte mich aufnahmen aber ich hasse es wieso kriege ich von ihnen kein getrag aber warum bin ich so gut tut man mir genau proben ich bin ja von gestorben ich war ja mit treffe so blöd wie gesagt nicht mit mir laufen ich kann planieren ja ich könnte ja ich könnte ja von dem berg hoch da habe ich meinen erwischt damit ich glaube ja ich wollte gerade nachschub platzieren aber ich so würde mal leute da 1 könnte er mich mal in ruhe lassen meine güte ich habe einen sport zu mehr ob es so wie er nachschub weiter überlebt ich glaube ja da hat man absolut noch ein adler bevor ich sterbe fallen lassen so eins ist noch hier seine gefahr für uns alle leute ist das denn hier ist ein bug durchbruch da bin ich in den feld eingelaufen jetzt bin ich gleich wieder 5 million gegner sind dass wir ja alle wissen voll easy ist ich habe nie gesagt er hat er hat ja blöden fischer verrägte vielleicht mal da habe ich noch einmal lehnt ich schwöre die ganze zeit mein charakter sagt die ganze gerade nach anstatt lager so wo es unser ganzes zeug was man ja nein ich bin tot habe ich wohl nicht getroffen deine sachen sind oh mein gott ja ich bin wieder umzündet wir sind noch am leben so weg mein gott so viele gegner die ersten gegner spiel natürlich ich habe eine lehle ich natürlich so eine das ist schon wieder direkt zwei genauer sind überall gegner backschwaben ja zwei das heißt nichts nein leute geht weg ich habe es nicht getroffen mein gott leute nach der ding ist nicht aufgeladen cool ich habe keine spitzen kohl ich weiß nicht was da noch als ist aber hier ja ja oh mein gott da war es mal gar doch noch da war doch noch zu sagen und hat vorweiter eingesetzt da ist noch etwas blaues auf der karte da können wir auch noch versuchen das hinter uns haben wir ab das auch noch auf dem weg so ungefähr kleiner blau pfeil noch war nicht gerade hin der verweilen aber mein schrot gewährt leider keinen anderen feuer modus tut voll langsam ja das ist so schnell wie ich ich hab doch nicht auf sich geschossen ich wollte nur zeigen so so schnell kann ich so schnell kann ich maximal schießen was ja ja ich so so sie war ich habe das war der aktivität nein hier sind ganz viele gegner und wir müssen hier weg na evakuierung willkommen er hat mir mit einschlag als meine hälfte meine api aufgau das ist der war ja ich muss hat sie kommt wo kommen sie aua ich sehe gar nichts ich Oh, sei der. Okay. Nein! also ich will mal sehen würde abschließend bevor überhaupt zu nahe kommen irgendwie nicht so schon genug muss gar nicht wo wir waren jetzt machen wir 69 prozent in der nächsten mission ein stern nein mir aus 75 abgezogen da wissen wir entscheidet doch nur bürger wissen wir von freiheit der meinung ist ja nichts wer hat was soll das denn heißen hier ist jeder willkommen der geld hat evakuiert hat der weg den verräter war jetzt kann ich meinen endlich endlich mal die kriegsleihe rollen so 1000 hier muss ich die freischalten primi und kriegsleihe du hast nicht demokratik detonation ok nur damit wir beide irgendwie neue sachen sehen so demokratik demokratische detonation kaufen für 1000 länger ja möchte ich jetzt habe ich mir direkt für sieben dinger die 100 über kreuz zurück das war dann kann ich ja die granate mal ausprobieren die granate die weltkriegs granate ja diese stick granate gar nicht mehr schon holen da muss ich noch 38 jahre ausgeben für ihn was ich will aber irgendwie nix hier sturmgewehr auf erster seite will ich irgendwie noch gar nichts dann liegen wird das ja warte mal der körperanzug kann ich irgendwo sehen was ich gerade ausgerüstet habe ich werde sowieso immer errüstung desto besser dann noch 20 perfekt sturmgewehr aber wenn ich da nicht benutzen werde sondern die andere seite kann ich mir noch nichts holen und jetzt die dritte seite ich finde sie besser ich komme ich komme besser klar mit rot gewinnt oder wir haben eine exklusive waffe hier als nächstes ich muss mal gucken ich habe gerade eine rüstung geholt ich glaube ja den gleichen weg was ich jetzt habe hört die anfangen als einfängliche inventar um trage zitiert vom spritzen um zwei und den und für die effekte von spritzen um zwei sekunden ich glaube die andere war genau gleich noch was anderes muss natürlich techniker eine erst gar nicht spritzen also einfach nur inventar trage zitiert von granaten ja auch gewingen demolition reisbar als mit dings zu tun hier mit granaten explosion oh gott neue granaten zum aufwählen mal gucken wie er abläuft jetzt sofort zurück zu den arbeitern so irgendwie nicht so viel wahl heute nicht nur eisvernäten nehmen wir wollen auch diese welt in eine fabrik der tyrannei verwandeln halten sie sie auf blitz suchen und zerstören hinter kontinuier raketen starten aber hat noch schaffen 200 über credits ich von dem ding da geholt habe 100 200 ich habe mir direkt wiederholt hier was der anleihe mission koordinaten festgelegt ok so so haben wir hier ein als erstes da kann man so oder lang da kann man so oder lang so oder lang ok oh mein gott sehen wir aus so ich habe immer noch nicht nach genug adler dinge haben so ich nehme ja ja nehme ich an aber dann hat werf raketen geschützt ich wollte jetzt sehen wo wir schon mal sind so ungefähr wie weit wir so in der frei drin sind haben wir sogar drin stecken die mächtige faust in die in den anus der freiheit aus stahl eine faust aus freiheit auch mein granatensymbol sieht es aus aus wie so eine stückgranate ich bin ja oben ich bin soweit geflogen das war drauf schießen ich war gespannt wie granat funktionieren wenn ich auch gar nicht auf die werte geachtet ich weiß nur die ganz normalen kanal sind stärker als die kontaktgranaten haben wir exklusionsradius man probe ich übernehme das terminal war schon ich habe ihn geschossen ja so einmal auf 100 ins geht so da war sie mehr davon bitte das ist ein AT-ST, zwei stimmts das ist ein AT-ST, zwei stimmts das ist ein AT-ST, zwei stimmts das ist so ein umgedreht hat sich in der schoss nach hank geht es sehr gut aber auch unsere stacheln aus okay irgendwie explodiert sie mich die granate noch jetzt in 6 ich wusste gar nicht dass wir aber start kurz brauchen so leute der weiter hat umgedreht okay dann tun wir erstmal ja okay dann kann man ja versuchen da die große fabrik die laufe karte ist ja licht zu erledigen wir haben spaß schießt doch auf angst vor explodieren überreicht berührt wir haben es gesehen der zimmer von der granate fängt ja schon an wenn man die aktivierten in der hand also man kann die ich werde ich werde dich in anhalten für so lange ich werde ich werde dich in anhalten für so lange ich werde ich werde ich habe das gefunden na warte mal wenn ihr mal granaten sind dann lass mich mal kurz diese probe so die bleibt irgendwo stecken dann direkt am boden die rollt nicht weiter oder ein bisschen ausprobieren ich weiß noch nicht ob mir gefährlich so lange braucht zum explodieren ob ich damit hier die löcher irgendwie treffen kann von den dingern oder dann fliegen ich wollte auf den drauf landen zeugs ist denn hier so fabriken ob ich die granaten damit reinwerfen kann genau da habe ich mir auch gedacht ja scheinchen dann braucht man hat ihn zu explodieren gefällt bringt bringt in den hintern von dem stürmer muss man natürlich treffen der ist explodiert habe ich dann angezündet am nächsten mal gedacht darunter nicht daneben da habe ich ja schon mal auswunden irgendwann aber du hast schon irgendwie die ganze zeit groß das ist okay das spiel muss mir echt mal erzählen wann ich den kanatwerfer statt schuld weil ich habe ja schon so oft geschossen und gedenk sagt ja aber die sehen so ähnlich aus bei mir da muss darunter die dinge raus kaputt kommt paar art ist das ding daraus und sehr darum die dinger sind alle draußen start kurz beschaffen haben aber doch schon sagen haben wir doch genau ja auf den blöden felsen drauf gedrofft ich glaube dahin sind die dann sieht aus dass wir da war okay der gegner ja okay so e3 mal schon wieder warten ich sehe gar nicht aber ich kann auch nicht so weit dann so ein video mit irgendwas und mich stört hat meinen mann granatwerfer hier voll ich meine die munition irgendwie so daraus aus den granatwerfer die geht voll durch mein cape durch schön ein bisschen weiter weg letztes mal sind wir gestorben hatte ja okay gott kann ich nicht in die fabrik da rein ein bisschen komisch aus von jahres noch gar nicht gesehen na dann versuchen wir mal zu die großfabrik paar leider reinwerfen würde ich sagen von linken seite den gegner noch mal so war naja wirtschafts und der ersten kann sich mit dem präzisionsgewehr die schwäche von dem ding da hinten angreifen ja kann ich hatte aber der dreht sich dann um wenn ich das mache das ist das problem weiß ja guck der dreht sich zur forderung dann geht er sich in meine gut dann treffe ich den nicht mehr okay ich versuche mal ob ich da hinten komme lasse mich hier raus machen ich glaube jetzt hier auf mich gerade ich glaube da war geschützt ich bin voll daneben gelandet er vorregen ich bin voll daneben gelandet er vorregen ich bin habe ich mal geschützt erst mal dann haben wir voll die chillige zeit das ist das ist das ist das ist das 1 ist tot aber das zweite weg 123 ich bin tot der eine geschützt ist fast tot das sind fabrik getroffen beim landen ich kann meinen granaten da reinwerfen versuchen ich finde viel chilliger nein 33 gegner verstehen ich war daran weniger schlimmer jetzt wird er wieder an eine einzige situation hier hat vergleichen er kam schon viel öfter stylisch aus den robotern aus als von den insekten das ist eine mine meine fabrik eingeladen ist doch egal ich mach einfach eine fabrik kaputt und fertig da ist ein panzer da ist der nächste adler auf dem panzer nein nein ich wieder bei mir studieren wir müssen herausfinden mit den großen mit den großen dinger nicht die beiden geschütze war noch relativ schnell weg was ich würde auch mal wegrennen ich bin da oben auf die überrechte vor dem turm gelandet da wir sagen jetzt bin ich in sicherheit aber ich glaube ich von raketen einfach weg geschossen mit dem vorweg naja ich will ich will meine granate auf die werfen von hinten oh mein gott nach dem panzer ok ich glaube sonst versuchen weg zu rennen und zur evakuierung ja gemütlich die mission am hauen eigentlich nur abhauen das ist noch nicht was hier ist weil ich die karte nicht ich auch nicht ich auch nicht ich habe keine Zeit die Karte zu öffnen auf die 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 okay hey das bin ich ich glaube ich hatte hier sein ich bin er will hat die waffe ist sobald ihr bereit seid vor der gegner ganz ich bin okay okay aber weiter einfach weiter einfach weiter normal sehr genau die gegner mit denen ich nicht klarkomme die köpfen aber immer noch einfacher als die blöden insekten und ich stecke gerade in einem felsen fest ja ich stecke in einem felsen gerade fest ich glaube ich glaube ich kann sie erreichen mich irgendwie gerade nicht also wir haben die granate in dem felsen jetzt bin ich noch weiter jetzt bin ich unter der erde jetzt hat er keine chance mehr wenn du halt sehen könntest wo ich bin habe ich mich hier raushält ein paar mit genug hält jetzt komme ich ja vielleicht noch raus probleme ja ich habe mich herausgehält er könnte mir gar nichts satten halk das ist ein halk aber nein ich in die pflanzen rein okay ob das da hinten trifft so ich bin bei der getrennt zum taxi ja also wir brauchen ja mal den jahres ding dahin gerufen ich bin gerade am weg rennen und habe nebenbei so eine fabrik kaputt gehauen ja naja auch hier nein also nachschub oder war ich da da geht so viel ab ich bekomme da nicht mit er war wirklich hier schon seit 50 minuten ja mal gegen gewerfer geschützt macht die platt mal raketen so kann ich nur eine probe oder so nein leute geht weg granate 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 kann man nicht die ganze armee auf mich losgehen hier sind überall granaten alter leute was tut du denn hier noch gebiete sich haben wir sind ja gerade am weg rennen da kann man mich hier die ganze überrannt werde jeder geht da ist ja hinter mir her gerade nein geweck du stück mal raus ein weiterer erfolgreicher tag ja wunderbar mehr auf mich losgekommen sind voller mein überleben gekämpft ich habe überall granaten gehoffener war über feuerwerk die stellen sein gemein wird für den außenposten das ist okay wenn du noch ein leben deswegen wollte ich von hause gehen was ja schon die evakuierung gerufen also da dachte ich mir ja 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 sind auch einfacher die mission haben wir geschafft letzte nicht ich will es noch mal anmerken die